Guten Tag, hier ist Bokka Tambub. Wir haben Mittwoch, den 16.06.2021. Und das Plakat hängt immer noch, ist immer noch unbeschädigt und gut lesbar. Heute war im Mannheimer Morgen ein sehr schöner Bericht mit einem schönen Foto. Und das ist sehr freundlich, damit mehrere Menschen davon erfahren. Ich mache heute weiter mit der Flyer-Verteilung. Eine falsche Pohl, Flyer. Und ich habe mir ja immer gesagt, die Nachbarschaft, die Nachbarschaft. Ich hatte jetzt hier zunächst die Hartmannstraße. Und da habe ich verteilt. Und die wird ja hier gekreuzt, da vorne, von der Tanzstraße. Das ist alles in der Nähe hier dieses Plakates. Aber wenn ich spreche von der Nachbarschaft, dann muss ich natürlich auch an meine eigene Straße, an die Jakob-Binder-Straße lenken. Und die mache ich heute. Los geht's. See you. See you. See you. Bye. Bye-bye. Bye.